Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect 3. Wir waren, wir sind immer noch auf der Citadel, ja und wir, ja ich bin jetzt gerade dabei im Begriff da mit Joker zu reden. Diese Unterhaltung wollte ich euch nicht entgehen lassen. Was ich bisher in der Zwischenzeit gemacht habe, war dieses Spectre Terminal zu untersuchen. Da kann man ja ganz, da kann man Wunder wirken. Man muss so, ja, Befehle bestätigen und oder oder ja. Jetzt habe ich zum Beispiel die Techniker, die aus Mass Effect 2, die bei Cerberus gearbeitet haben, habe ich wieder zurückgeholt. Die wurden ja festgenommen irgendwie und ja, jetzt sind die aber wieder da, weil ich das erlaubt habe, quasi. Ja und noch so anderen Kram. Nächst mal zeige ich euch das auch, aber jetzt erst mal mit Joker. Hey Commander, sehen Sie mal. Schlagzeile. Neuer Blastofilm bricht am Startwochenende Rekorde. Aha. Dann gibt's noch Artikel über Quaserturniere. Tipps, wie man seine Wohnunggröße erscheinen lässt. Und? Ach, die haben keine Ahnung. Sie haben Angst. Wenn es um die Galaxie geht, halten sich die Leute. Als ob das was Gutes wäre. Besser als Aufstände auf den Stirn. Mag schon sein, aber ist denn kein Mittelweg? Etwas weniger Gartenpflege und mehr Kriegsvorbereitung. Das ist mehr Badpflege, würde ich vorschlagen. Sobald die Leute aktiv helfen können. Leute. Und bis dahin ignorieren sie die unabhängige KI auf dem Präsidium. Hat sie Ärger gehabt? Nein, sie ist mein Mobilitäts-Mack. Dank des Wohlig-Syndroms darf ich sie offiziell überall mit hinnehmen. Endlich bringt mir der Behindertenausweis mal was. Sie ist sicher auch froh, mal ein bisschen was zu sehen. Oh, sie hat sich den Landgang verdient. Awkward. Gut. So, jetzt bleiben noch zwei Orte, die wir hier besuchen müssen. Und zwar unten irgendwie das Deck und das Dock. Ähm, ja. Da gehen wir jetzt schnell hin, reden mal ein bisschen und sehen mal. Das wird dann hoffentlich die letzte Episode, die auf der Citadel stattfindet. Danach wieder ein bisschen mehr Shooter-Action, ja. Hier, Wartebereich. Genau. Das meinte ich doch. Wartebereich, Dock. Was auch immer. Da ist Gareth und noch wer. Ja, man muss das alles machen. Man muss ein bisschen so in die Story eintauchen. Das gehört irgendwie dazu. Und hat ja auch was für sich, nicht wahr? So, wo sind wir? Was ist das? Terminal. Ach, das ist mein Nebenauftrag hier. Ja, hier. Wie soll ich das machen? Oh. Fremdenfeindlich. Oh. Fremdenfeindlich? Ich kann auch einen höflicheren Begriff verwenden, wenn Ihnen das lieber ist. Hi. Zurückgezogen? Es war nur etwas deutlicher, als ich erwartet hatte. Aber ich habe ein wenig gesagt. Ah. Sagen Sie Ihren Freunden, Sie sollen Ihr Schiff aus der Andock-Bucht manövrieren. Warten Sie, wir unterstützen Sie nicht. Können Sie nicht doch noch ein paar Leute mehr unterbringen, Officer? Ernsthaft. Und wer zum Teufel sind Sie? Oh, Thomas Seppard. Ja. Wenn Sie von dieser Ansicht sind, dann werde ich einen Platz für Sie finden. Meine Familie kann also Andocken. Fröchheit. Nicht wahr? Bitches. So geht's ja nicht. Was ist hier? Eine abgeschiedene Ecke. Oh. Was ist das? Toten. Ach, die Toten. Ja, komm. Das Leben geht weiter. Das Leben geht weiter, Leute. Das Leben geht weiter. Hallo. Da müsste irgendwo Gareth rumgammeln. Was? Shepard. Ach so. Oh. Wo reden die? Wo sind die denn? Hallo. Nichts. Ach, der. Oh, das ist echt süß. Rassenunterschiede werden beiseite gelegt. Widerig kreisen überstanden. Oh. Ratarian State Arms. Wie geil. Terminal Sponsor. Boah. Ratarian State Arms. Hey, wie geil, man. Warum? Oh. Geh. Geh fair. Ich hab fast keine Kurde mehr. Da geht man einmal auf die Citadel und dann ist man nach... Minuten schon das ganze Geld los. Das ist furchtbar. Mir persönlich kann sowas zum Glück nicht passieren. Ich bin eine arme Socke. Kelly Chambers. Arbeitslos. Nee, lass mal. Oh, was? Freut mich auch, Sie zu sehen. Boah, war das knapp. Ich hab mir solche Sorgen gemacht. Ohne meine Cerberus-Kontakte wusste ich nicht, ob Sie die Invasion überlebt haben. Komm jetzt. Kommen Sie zu Normandy zurück. Nichts täte ich lieber. Die Entführung durch die Kollektoren. Ach so. Joker läuft raus. Eine kalte Hand zieht mich zurück. Sie sind über sich, stecken mich in einen Sarg. Aber es ist eng. Schmelzen. Hey, alles gut. Ich bin okay. Aber... Und selbst wenn ich könnte, sollte ich nicht. Ja? Endlich lohnt sich mein Psychologie-Studium. Ich kann Leuten in Zeiten wie diesen helfen. Cerberus hat sie gehen lassen. Nein, gar nicht. Aber Sie haben im Moment wichtigere Sorgen als mich. Kümmern Sie sich um die Fischlinge. Sie leisten hier gute Arbeit. Machen Sie das. Danke, Shepard. Es freut mich, dass Sie mich gefunden haben. Ja, ja, ja. Oh, und Ihre Fische. Niemand hat sich während Ihres Arrests darum gekümmert. Also hab ich das gemacht. Ich schicke sie Ihnen. Endlich ein Worteil davon, dass ich die vorherigen Teile gespielt habe. Ah, endlich. Es hat sich gelohnt. Oh, ich dachte schon, ich rede nie was davon. Darn und Wask. Hallo. Wow. Arya hat nicht geflunkert. Der Goh. Ich bin eigener Gehör, wenn ich hier bin, Wask. Ernsthaft, Mann. Aber natürlich. Wie auch immer, sagen Sie ihr, ich sei beeindruckt. Aber um Geschäfte zu machen, muss er und das werden. Ein thurianischer General namens Oraka hat es auf die Blue Suns abgesehen. Er beschwert sich mal. Sobald Oraka tot ist, kann Arya über meine Leute verfügen. Erstmal, was verschweigen Sie mir? Hinter Orakas Beschwerden steckt doch bestimmt mehr. Wir machen lediglich kleine Überfälle entlang der Handelsrouten. Oraka ist nichts als ein militärisches Fossil, das aus dem Ruhestand zurückgekehrt ist. Sein Verlust schadet Ihrem Krieg nicht. Aber die Dieben der Zusammenhänge... Ich werde nicht für Sie töten, Dude. Sie glauben wirklich, ich würde einen thurianisch... Arya scheint es zu glauben. Warum hätte sie... Sie kannte den Preis. Klären Sie das unter. Nee, das mache ich nicht. Sagen Sie Arya, dass ich immer noch mit ihren blauen Hintern in meinem Bett rege... Oh, Dude. Naja. Was ging's denn, Shepard? Wussten Sie davon? Können Sie etwas präziser sein? Das macht er mit deinen Fingern, Mann. Dass ich General Oraka töte. Wen interessiert, was Voske will? Oraka muss doch nur damit aufhören, seine Aktionen zu stören. Ich dachte, wenn Sie mit Oraka reden, können Sie ihn dazu bringen. Und wenn er nicht vernünftig wird, rufen Sie mich und ich kümmere mich darum. Ich sehe da keine... Der Unterschied ist, dass ich ihm die Chance gebe, sein Leben zu retten. Tja, und warum haben Sie mir das nicht selbst gesagt? Weil Voske Sie persönlich sehen musste, um zu erkennen. Außerdem könnte ich es nicht ertragen, wenn mir der Dreckskerl nochmal auf die Titten starrt. Dann würde ich ihn nämlich umbringen. Ja, er hat erwähnt. Dass ich mit ihm schlafen werde. Wir haben alle unsere Wangen. Ah, das ist echt ein... Was? Termina. Wo kommt es hier? Sekunde. Termina. Ich habe eine Liste der Hanan-Neuankömmlinge, Bau. Ich leite sie an sie weiter. Ach, Bau. Das sind alles Kontaktnamen. Die Hanan-Namen von dem Allianzangriff sind aber Seelennamen. Und Hanan-Seelennamen sind privat. Sie sehen in keinem offiziellen Verzeichnis. Haben Sie Zugriff auf die persönliche Kommunikation? Ganz schön mies. Ich bin schon dabei. Vielleicht finden wir. Hoffentlich. Wenn eine Hanan-Gruppe gegen den Krieg mit den Reepern ist, dann wird das richtig. Wo ist Gareth? Wo ist Gareth? Äh, Frachtraum A ist 5. Da hinten? Da war ich doch eben. Da oben? Oder was? 5? Wo ist 5? Äh, 1, 2, 3. Gareth. Da? Hier? Ah ja, hier muss er sein. Wie ist das? Shepard-VI. Wie geil. Ich kenne mich ja. Ach, das ist der. Haben Sie eine Kompi einer Shepard-VI? Meinen Sie die auf Basis des Kriegsellen? Wir haben sie gesperrt, nachdem ein Kind Limonade über der Hardware verschüttet hatte. Ich schalte sie frei, aber lauffähig ist nur die Demo-Version. Macht nix. Freut mich, sie kennenzulernen. Ich bin doch. So, ja. Gareth. Alter. Es geht. Ja. Was ist los? Der Rat nimmt unsere Verwundeten auf. Sie können sonst nirgends hin. Wie schlimm ist das? Mehr Tote als Verwundete. 85% gefallen. Wir brauchen bald eine Leichenhalle. Reaper verursachen keine Fleischwung. Echt? Na gut. Tun Sie Ihr Bestes für Sie. Ein paar kommen sicher wieder auf die Beine. Aber mehr als Mitgefühl haben wir nicht. Was Neues von Ihrer Familie? Oder Familien? Ja, aber... Was ist mit Ihnen? Auch erste Verschleißerscheinung? Erste Scheißerscheinung. Ganz ehrlich. Es war... Vergessen Sie bloß nicht Luft. Der Krieg ist längst nicht... Ja, ich hab's gemerkt. Gut. Jetzt machen wir uns ernsthaft mal auf dem Weg zurück zum Schiff. Das ist mein voller Ernst. Ich mach's jetzt. Ihr könnt derweil oben rechts in die Anmerkung klicken. Da findet ihr die nächste Episode. Wo wir hoffentlich mal mehr Action erleben jetzt. Wir haben jetzt jede Menge rumgelabert. Aber jetzt geht's erstmal wieder richtig los. Deswegen... Oh. Deswegen... Ja. Würde es mich freuen, wenn ihr die nächste Episode auch anschaut. Mir hat's Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und ja. Abonniert uns, wenn's euch Spaß gemacht hat. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.